ähm, mein Haus wird das hier sein, okay, Ryan, ist das dein Haus? Das ist meins. Okay. Fuck, Boomer. Ähm, MEINS! Affirmative Boomer. Werden wir ihn gegroupen, oder wie, wie haben wir's? Ich werd jetzt erst mal in den Ofen. Oh, ich hab schon einen. Oh, ich hab schon einen. Mit Kamin, lol. Ich hab nen Smoker, glaub ich. Wird erst mal schönen Schinkenräucher, oder ma? Ich hab auch ne, ich hab ne Kiste. Ich werde mein Haus aber irgendwann mal ausbauen. Ich werde meins definitiv ausbauen, holy shit. Meins ist ungefähr sechs Blöcke breit. Äh, insgesamt. Also ich werd's nicht ausbauen. Spaß. Äh, also Jungs, was, äh, planen? Was machen wir für nen Plan? Der Wildscher ist einfach in mein Haus gegangen. Das ist ja wahrscheinlich sein Haus, wo du einfach bezogen hast. Was? Ich hab das Bett abgebaut. Geht er jetzt weg? Nein. Was für ein Wichse. Ein Villager schläft in meinem Bett. Ja eben. Das hab ich geplaced. Das junge, sag mal, Hausfriedensbuch. Das ist ein Scharotzer, Alter. Ich hab das Bett nicht dem hingestellt. Ja, Sam. Ist das jetzt meine Frau? What the fuck? Cursed. Ja. Ich platziert in ein schönes Bettchen. Oh, das ist sehr... Können wir schlafen? Bitte? Ja. Oh mein Gott, ist das ein niceer Ausblick hier. Wie gesagt, jemand von euch hat zwei Betten. Ja, ich. Ich hab auch das Thumbnet schon für die Folge. Das ist toll. Können wir schlafen? Geh aus meinem Bett raus, du Pisskopf. Ja. Ja. Mit einem Penn. Oh. 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 Geh weg. Oh. Dann frag ihn nicht. Dann macht er keine guten Deals, Bruder. Jetzt. Ich schlaf. Ich schlaf auch. Wieso schläfst du bei mir, Kevin? Warum sind die Türen offen? Es zieht wie... Es zieht wie Hechtsuppe. So, jetzt. Oh. Der hat nicht mal Deals. Geh raus. Geh weg. Schau mich nicht so an. Mit deiner Penisnase. Geh weg. Ich sag's dir. Sag mal, wirst du mein Untermieter? Nein, ich bring den nicht um. Ich glaub, der wird mein Untermieter. Jetzt geht der... Schneeballschlacht, oder was? Hey, nee, das ist Schneeball. Doch. Ich benenn das gleich um mit dem Schneeball. Greif mal den Golem... Kevin, greif mal den Golem an. Du bist so ein Autist. Hast du den Golem angegriffen? Ja. Er hat ihn mit dem Schneeball abgeworfen. Ich hab ihn mit dem Schneeball angeschossen. Ist er Piss? Ja. Nein. Mann. Der beruhigt sich nach einer Zeit. So sei es sich nicht angegriffen. Es liegt. Es liegt. Kevin stirbt gleich vom Golem. Es liegt. Und einer vom Golem stirbt. Es ist so sad. Es ist halt wirklich sad dann. Da bren... Das ist mein Haus. 22 Karotten für einen Emerald. Was will ich mit einem Emerald? Thomas, aber ich hab Luxus. Guck mal, Thomas. Guck mal, Thomas. Höhle, Höhle, Höhle. Ich hab... Ich spiele jetzt alle zusammen oder jeder für sich? Thomas, wir können gleich Höhlen erkunden gehen. Ja, ich mach glaube ich diesmal. Oder willst du nicht? Ich will nicht mit dir, JK. Ich will nur mit dir. Was das letzte Mal so gut war. Ich hab auch Top-Ding. Alles. Kevin! Und warum ist das hier eigentlich so cursed? Jetzt wollen wir eigentlich zusammen ein Haus machen oder jeder sein eigenes? Kannst du aber bei mir... Kannst du mir bitte die Treppe... Nils, ich hab ein besseres Haus in der Aussicht, würd ich sagen. Ich kann auch umziehen. Du meinst jetzt direkt bei ne... Kevin! Hast du... Sag mal... Was bist du eigentlich so... ...gut drauf? Hast du dein Puzzle fertig oder was? Geh mal nach Hause. Hör! Jetzt sieht's schön. Warte, warte, warte. Guck ihr, Nils. Kannst du mal mehr nachden? Lol, Jungs, das hält einer 10 Clay... ...für fucking ein Emerald. Lol, wait. Du Ass. Das ist doch so'n... Nein. Was hast du für'n Auti... Kevin, stopp! Ey, guck mal, hier ist das Gras schon gewachsen. Jojojojo, Gras schon gewachsen. Alter, jetzt komm ich hier nicht mehr... ...hoch. Guck mal, der Metzger hier. Der Metzger. Der Metzger dahint. Fetter Bauer. Warte, hier. Warte, hier ist hier. Warte, ich bade die noch ab. Im Zusammenhang auf. Dankeschön. Vielleicht immer schön fleißig die Bäume nach, damit wir nicht bis zu Gander gehen. Sollte ich auch kurz sagen. Ey, Jungs, ich wär mal dafür, dass ich vielleicht unser Dom einzäunen. Ja, direkt am Anfang wahrscheinlich. Ja, zuerst mein Haus, Kevin. Ich hab ja raus. Ja, wahrscheinlich, ich werd' meins Insta-upgraden, Bude. Ah, okay. Ich bau'n eigenes, weil das andere Haus Geld. Ich bau'n von das an. Die Position ist eigentlich Ehre, ne? Man kann auch das Dorf upgraden, oder? Dass mehr Villager einziehen. Da muss man einfach mehr Häuser bauen, right? Ja, mit Betten und so. Ja, also mehr Betten eigentlich. Sie brauchen nur Betten. Und, äh, du kannst sie breeden. Wenn du ihnen Potatoes gibst. Was eigentlich schon Cursed ist. Ja. Was machst du heute? Ich weiß nicht, ich weiß nur was. Das heißt, man könnte theoretisch ein eigenes Dorf erstellen. Ja. Weiß ich nicht. Also man braucht mindestens zwei Dorf für wo. Weil sie haben nicht einfach so von allein. Böse Monster. Also, Thomas, wie machen wir es jetzt? Du, wir können ruhig bei mir einziehen. Ich hab' mein, mein Haus ist auf dem Hügelchen. Das hat eine geile Aussicht. Komm, ich mal zu dir. Ich nehm' aber den Smoker mit. Jo. Ja, Thomas, stell dir einen rein. Mh, auf Überkleinanzeigen. Kannst du deinen Smoker einen reinstellen da? Ich stell' einen auf Überkleinanzeigen rein. Äh, oben auf dem Hügel, das hat so'n, äh, Schmini. 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 Ist da so ne Doppelchest dran? Ja, genau. Über dem Bett? Jo. Genau. Fetter Lag. Echt? Ja. Oh ja. Das war vorher noch nicht, Bruder. Das muss aber noch ausgebaut werden, hab' ich gehört, das Haus. Das wird ausgebaut, ich hab' richtig viel Ressourcen gedippt. Oh. Can't you hear me, Nagel? Nope. Alright. Cause I'm gaming. Shut up mom, I'm gaming. What you gay? I knew it all along. Oh my god. Long, long. I knew you had a long one. Yeah, I've been here. Oh my god, it's so tight. Ich hab' mal die Priority of Tower freigesetzt. Oh my god. Und da war's Toshy all night long. Thomas, hast du geil oder so? Wer hat hier den ganzen Schnee abgebaut? Wahrscheinlich Kevin für seine Bälle. No, no section. Nee, ich hab' den Schnee hier riemen abgebaut. Ich hab' den Schnee abgebaut, damit ich nicht den ganzen Schnee waste, wenn ich die Blöcke abbaue. Thomas ist intelligent. Ich mach' mal so'n schönen Shot. Find's vielleicht die Location hier ist? Ganz geil. Die ist eigentlich schon legit. Wenn man da rüberschaut, okay. Vorne ist übrigens grad ne Höhle. Which is pretty sick. So, wollen wir denn das Haus upgraden auf Krampf? Ja, ich wär' schon dabei.